Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Jan Gustafsson, ich bin Schachgroßmeister, Schachbundestrainer und in diesem Video beginnen wir mein vielleicht ambitioniertestes Projekt. Ein 1000 Partien Match gegen den beliebten Moderator, Comedian, Streamer Etienne Gardé. Dieses Match wurde geboren aus der Frage, die Etienne in den Raum geworfen hat. Wenn er 1000 Schachpartien gegen einen Großmeister spielt, würde er eine davon gewinnen oder remisieren. Ich glaube, der einzige Weg, es herauszufinden, ist 1000 Partien zu spielen und natürlich zu jeder dieser Partie ein Video zu machen. Oder auf jeden Fall so viele, wie wir es schaffen. Also herzlich willkommen zu Partie Nummer 1. Viel Vergnügen. So, Bauner E4, Bauer nach E5. Wir haben Stylus, viel Style. So, Spanner 3, Etienne Gardé zeigt sich bestens vorbereitet auf diese Partie, attackiert unseren Bauner auf E5. Und ich werde diesen Bauern verteidigen. Also, der Springer attackiert unseren Bauern. Ich verteidige ihn mit Spanner nach C6. Jetzt hat Weiß diverse Optionen. Läufer nach B5. Die spanische Eröffnung von Etienne Gardé. Scheint sich vorbereitet zu haben auf diese Partie. Ich spiele erstmal meine Stammwaffe. Baunach A6 attackiert diesen Läufer. Der weicht schnell aus zur Seite. Spanner F6. Greift den Bauern an. Was hat Gardé da im Petto? Er spielt Baunach C3. Bereitet vor, das Zentrum zu besetzen. Aber ein Zug, der diesen Bauern unbeaufsichtigt lässt. Und das kann man machen, wenn man mit Rochade beginnt. Aber Baunach C3 macht nicht so viel Druck wie Rochade. Und hier halte ich es für gefährlich, den Bauern nicht zu verteidigen. Er hätte, wenn er nicht Rochieren will, besser D3 spielen sollen. Baunach C3 ist logisch, um die Mitte besetzen zu wollen. Und häufig sehe ich es bei Anfängern, dass sie sich nicht trauen, in so einer Steuung jetzt den Bauern wegzunehmen. Wenn wir ihn angegriffen haben und Weiß ihn nicht verteidigt, ist es sehr häufig eine gute Idee, hier zu schlagen. Und das werde ich tun und damit Gardé unter Druck setzen. Spanner schlägt E4. Und jetzt ist noch nichts Schlimmes passiert für Weiß, aber er muss sich schon überlegen, wie er den Bauern zurückkriegt. Spielt er Damana E2? Schlägt er jetzt hier? Oder versucht er es zu ignorieren und zu rochieren, um dann Turm E1 folgen zu lassen? Ich bin gespannt, wie er sie entscheidet. Kurz zum Konzept dieses Matches. Wann immer wir Zeit haben und beide am Stream sind, spielen wir eine Partie. Bis wir tausend Partien gespielt haben. Das Projekt versucht herauszufinden, ob Eddie eine von tausend Partien gegen mich, Schachgroßmeister und Schachgrundestrainer, Jan Gustafsson, gewinnen würde. Und ich habe immer behauptet, nein, natürlich nicht, ich bin Schachgroßmeister. Aber es nützt ja nichts, das zu behaupten. Wir müssen auch den Beweis antreten. Und wer weiß, wie es ausgehen wird. Selbst wenn ich die Partien gewinne, vielleicht lernt Eddie ja dabei viel über Schach und geht gestärkt hier raus hervor. Oder es bricht ihn nach drei Partien. Beide Möglichkeiten sind Ausgänge, mit denen ich gut leben kann. Und ich bin gespannt. So, kurze Rochade jetzt von Etienne Gardet. Er hat einen Bauern weniger. Ich muss mich entscheiden, wie ich hier weitermache. Ich könnte meinen Läufer rausziehen, diesen Bauern verteidigen. Dann könnte er mit Turm nach E1 eigentlich diesen Springer anfeinden. Ich könnte auch versuchen, hier mit Läufer nach G4 den Springer zu fesseln. Ich glaube, das mache ich einfach, um ein bisschen mehr Druck auszuüben auf die Gardetsche Konstruktion. Andere Versuche, wenn ich den Bauern nach F6 um den Bauern zu verteidigen, aber dann bei der Bauern nach D4 öffnet die Stellung zu sehr. Also ich glaube nicht, dass Läufer G4 der objektiv beste Zug ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es macht am meisten Druck mit der nervigen Fesselung. Mal gucken, wie er reagiert. Spielt da mal nach A4. Sehr schnell gespielt, sehr schnell gespielt. Vielleicht haben wir da eine potenzielle Schwäche. Ist natürlich ein schlauer Zug, versucht hier, meine Figuren aufzuspießen. Aber ich glaube nicht, dass es ein guter Zug ist. Denn ich kann jetzt mit meinem Läufer hier reinschlagen. Der Läufer verteilt gleichzeitig den Springer. Der muss zurückschlagen und dann hat er seinen König entblößt. Und mein Springer kann sich gleich auf ein schönes Feld begeben. Also Dame nach A4 vielleicht etwas zu schnell. Ich glaube, besser gewesen wäre der Bau nach H3 oder Turm nach E1. Denn jetzt kommt diese Springerwanderung. Und der Springer auf D3 wird die weiße Stellung Lehmen. Herr Lehmen nennt man den Springer auch. Ich denke, das wird unangenehm. Gardein natürlich auch gezeichnet diese Tage, weil seine Mannschaft Eintracht Frankfurt das Pokalfinale leider verloren hat. Ich glaube, er war sogar da, wer jetzt gerade wieder nach Hamburg gekommen ist und muss dann hier auch noch im Schach die Knochen hinhalten. Also es ehrt ihn auf jeden Fall hier anzutreten. Chat, ich habe den Chat offen. Ich sage es euch nur. Sag keine Züge vor, wenn ihr irgendwelche Engines am Laufen habt. Aber machen wir uns nichts vor, Chat. Ihr wart im Schach schon immer nutzlos. Und ich hoffe nicht, dass sich das jetzt ändert. Wo ist Steve Balken hier? Ich bin ja am selber spielen, deshalb haben wir keine Engines am Laufen. Vielleicht gucken wir es danach an. So, Dame nach G4, der Flankenwechsel von Etienne. Ein logischer Zug, auch ein gutes Feld für die Dame. Wie gesagt, mein Springer soll hierhin, um die Stimmung zu lähmen, denn dann kann er sich nicht mehr wirklich befreien. Und dieses Springerfeld ist so einladend, dass ich auch gleich dahin gehe. Man könnte auch überlegen, ob ich erstmal versuche, die Dame hier noch zu vertreiben, die auf G4 nicht schlecht steht. Aber seht ihr, was für ein Monster dieser Springer ist? Dadurch, dass er diesen Bauern blockt, legt er eigentlich all diese Figuren an die Kette, die jetzt nicht wirklich rauskommen. Und dadurch, dass er von der Dame verteidigt ist, ist es auch sehr, sehr schwer, ihn zu challengen. Der Turm kann nicht hierhin, um hierhin zu gehen. Also, dieser Springer ist eine Killerkrake. Flipsoe sagt, meinst du, das wäre nicht so eine 10 Minuten oder 30 Sekunden Gelegenheit? Ja, für den Flex, aber mir geht es ja auch darum, damit wir auch alle was davon lernen, wenn wir wirklich mehrere dieser Partien spielen, dass ich ein bisschen Zeit habe, hier zu erklären, was vielleicht schiefläuft und warum ich meine Züge mache. Und das kann ich bei 30 Sekunden halt nicht so gut. Deshalb fahre ich für das Projekt es besser und man soll ja auch in den 1000 Partien, wenn er dann eine gewinnt oder ein Remis schafft, soll es ja auch bei gleicher Bedenkzeit sein. dann wiegt es ja auch schwerer, als wenn ich einmal mit 30 Sekunden hier nicht schnell genug spiele. Wir müssen ja unserem Lehrauftrag hier gerecht werden. Wir sind ja Schachbundestrainer-Chat, dürfen wir nicht vergessen. Falls ihr das YouTube-Video guckt, ich labere hier mit dem Twitch-Chat, aber ihr verpasst nicht. Spaß, Spaß, ihr solltet aufhören, meinen Chat zu beleidigen. So, Spann83 ist ein sehr gemeiner Zug. Jetzt ist guter Rat extrem teuer, weil die Figuren halt nicht rauskommen. Also ich weiß nicht mal, was ich empfehlen würde. Ihr könntet versuchen, hier mit dem Springer rauszukommen, aber es ist wirklich ein sehr lebendes Viech. Das hier ist die allererste Partie. Bau nach H4. Schwächt den König weiter. Wie gesagt, guter Rat. War teuer. Ich weiß nicht genau, wie ich das am schönsten mache. Auch den Springer möchte ich nie wegziehen. Ist so ästhetisch. Ich könnte Bau nach G6 spielen, um mit Bau nach F5 die Dame hier weiter zu belästigen. Ich könnte auch Bau nach H5 spielen, um meinen Turm dann via H6 ins Spiel zu bringen. Ich glaube, das mache ich. Bau nach H5. Greift auch die Dame an und macht diesen Weg frei für den Turm. Wie die Dame hierhin geht, könnte ich Damen tauschen, aber ich glaube, noch stärker ist es, dem Damen tauschen auszuweichen mit Damen nach D7 und wieder bei Bedarf den Turm ins Spiel zu bringen. Natürlich gelten auch in dieser Partie die normalen Regeln. Hier König in Sicherheit bringen, Läufer E7, kurze Racheade und so weiter und so fort. Aber in dieser Situation, wo der weiße König halt schon so exponiert ist, ist es glaube ich schneller. Ist halt eine Ausnahme. Normalerweise hat der Turm keinen Zugang zu diesem Feld, weil der Läufer es kontrollieren würde, aber zu versuchen, unseren Turm hier gleich zu aktivieren. Und der König ist in der Mitte relativ sicher. Zur Not kann er noch, nachdem ich die Dame weggezogen habe, lang rochieren. Aber ich glaube, ich kann ihn erstmal hier zentral lassen. Das Ziel des Projekts, Etienne langfristig an die Nationalmannschaft ranzuziehen. Ich möchte es nicht ausschließen. Und der Meke sah, glaube ich, geht es inzwischen aus dem Buch. Ja, ersten Züge waren sehr, sehr gut. Danach, wie gesagt, das werden wir Step by Step in diesem Match natürlich auch ausmerzen. Baunach C3 war nicht der beste Zug. Und jetzt Turm nach H6 hatte ich ja angekündigt, um diesen Turm gleich ins Spiel zu bringen und diese Gegenüberstellung von Dame und König hier zu nutzen. Bauner F4, er versucht sich zu befreien. Es ist, wie gesagt, schwer gewesen, mit diesem lähmenden Springer hier rauszukommen. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich könnte den Baun einfach wegnehmen, denn der Springer ist ja noch von meiner Dame verteidigt. Aber auch aus didaktischen Gründen spielen wir hier Turm nach K6 und nutzen aus, dass Dame und König auf derselben Linie sind wie unser Turm und gewinnen damit die Dame. So, dass es hier wahrscheinlich kein Entrinnen mehr geben wird. Aber es gab andere Möglichkeiten, aber ich will die Partie, auf jeden Fall diese Partie, nicht künstlich hinaus zögern, sondern einfach vernünftige Züge machen. Ich werde auch nicht immer versuchen, so schnell wie möglich zu gewinnen. Aber um die Idee zu zeigen, ist es glaube ich sinnvoll. Ich wollte den Turm aktivieren. Gleich auf diese Fesselung zu gehen. Was brauchen wir noch für Elemente? Wir brauchen Wir brauchen Wir brauchen einen Score, ne? Wir brauchen Sorry für Grafikpech. Ist ja die erste Partie, also steht es 0 zu 0. Eddie überlegt jetzt, wie er die Dame retten kann, aber es ist zu spät. Die Dame kann sich ja nicht befreien hier, weil sie dem armen, armen König im Weg steht. Ich weiß nicht, ob man hier aufgeben kann, also objektiv ist die Störung nicht mehr zu retten, man kann es auch ausspielen, aber Eddie gibt sich geschlagen, zeigt damit auch schon hier seine Klasse, dass er hier versteht, dass hier es nicht weitergeht, nachdem die Dame weg ist. Und damit geht die erste Partie unseres 1000-Partien-Matches zu Ende. Das heißt, wir können den Score aktualisieren. 0 zu 1, weil ich schwarz hatte. Machen wir noch kurz Analyse. Also Bauer nach E4 natürlich in Ordnung. Bauer nach E5, Spaner nach F3, Spaner nach C6, soweit alles wohlbekannt. Die spanische Eröffnung läuft in der A4 ebenfalls okay. Spaner nach F6 und Bauer nach C3 ungenau. Also der Hauptzug hier ist die Kurzrochrade. Auch dann kann ich diesen Bauer nach schlagen, aber dann ist Weiß halt schon deutlich besser mobilisiert, um hier gegen diesen Springer anzukämpfen. Hier entweder Turm nach E1, um ihn anzugreifen, oder der Hauptzug ist Bauer nach D4. Das ist der sogenannte offene Spanier. So heißt die Eröffnung. Kein Spaß. Hier hat Weiß ganz gute Karten, aber nach Bauer nach C3 kann ich mir diesen Bauern relativ ungestraft einverleiben und schwarz steht tatsächlich schon etwas besser, was natürlich nach fünf Zügen ein sehr, sehr guter Ausgang ist. Der schwarze am Anfang schlechter steht. Lauferschläge C6, D schlägt C, um hier meine Figuren zu aktivieren. Jetzt hätte er die den Bauern zurückschlagen können, aber dann kommt Dame nach G5 mit Doppelangriff auf den Bauern G2 und den Springer. Und es ist ebenfalls schon relativ schwer. Also, Bau nach C3 tatsächlich schon ein Zug, der die Chancen sehr, sehr schmälert. Jetzt nach Lauferschläge C6, D schlägt C, kurze Rohrade, war glaube ich der beste Zug. Hier, ich hatte ja gesagt, Läufer G4 wahrscheinlich nicht der beste Zug von mir. Ihr seht auch, der Computer gibt ihm Fragezeichen, Rufezeichen, aber übt am meisten Druck aus auf Eddie. Ich wusste nicht genau, was der beste Zug ist. Computer sagt, Läufer nach F5 und dann auf Sprenger schlägt E5. Jetzt einfach schnell mobilisieren, damit die F5 und lange Rohrade. Bauern nach F6 noch überlegt, um den Bauern hier zu stärken. Läufer G4 objektiv nicht gut verleitet, weiß dann aber zu dem Zug hier, den Eddie zu schnell gespielt hat, Dame nach A4. Danach ist die Partie tatsächlich gelaufen, weil ich jetzt seinen König schwächen kann und den Sprenger hierhin umgruppieren. Turm nach E1 wäre CR gewesen und der Drops hier ist noch nicht gelutscht. Ich wollte Dame nach D5 spielen, glaube ich, aber dann Bauern nach D4 und ich habe immer noch ein bisschen Figuren in der Mitte, sodass hier noch einiges passieren kann, weil mein König halt unsicher ist. Turm nach E1 ist auch sehr, sehr typisch allgemein für diese Störung, den Turm schnell auf die offene Linie bringen. Ist hier wichtiger als die Dame raus. Die Idee war zwar gut, die schwarzen Figuren, die hier sich im Weg stehen zu attackieren, aber nach Läufer GF3 und Springer C5 ist tatsächlich gelaufen, weil dieser Springer die ganze Stellung vollkommen lahmlegen wird. Ihr seht hier, die Computerbewertung ist schon sehr, sehr hoch. Der Springer ist nicht mehr zu vertreiben und der Rest war dann das Ende mit Schrecken. Hier Hafen von Turm H6. Ich weiß nicht, ob es der schnellste Weg ist, aber es ist gut genug. Nach Bauern nach F4 ist gleich die Dame weg, aber diese Störung war eh schon sehr, sehr schwer. Wenn der König ausweicht, Turm nach G6, wird die Dame da auch keine große Freude haben. Wenn sie zum Beispiel hier versucht zu entkommen, kann es sehr schnell dem weißen König an den Kragen gehen. Das war Partie 1 unseres hoffentlich 1000 Partienmatches gegen Etienne Gardet. Ich hoffe natürlich, dass Etienne nicht den Spaß daran verlieren wird. Ich werde ihn mit Sicherheit nicht verlieren, solange ich gewinne. Und ich werde auch ein Remis als Niederlage für mich werten natürlich. Das Ziel ist es, jede Partie zu gewinnen. Ist kein sehr ambitioniertes Ziel, aber vielleicht macht es ja trotzdem allen Beteiligten Spaß oder wenigstens mir. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in Partie Nummer 2.